Ah nein, nicht der schon wieder. Es gibt minimale Mimiken oder Gestiken, die dich sofort unsympathisch wirken lassen. Und nein, die verschlossenen Arme werde ich in diesem Video nicht mitgeben. Dafür fünf andere Dinge, die du vielleicht unbewusst auch in deinem Alltag machst, die dich super schnell unsympathisch wirken lassen können, auch wenn du es vielleicht gar nicht weißt. Deswegen gebe ich dir dieses Bewusstsein damit herzlich willkommen. Ich bin Benedikt Held, Kommunikationstrainer und Gründer der Redefabrik, Deutschlands größter Plattform zum Thema Kommunikationspsychologie und Charisma. Und wenn du hier schon länger auf dem Kanal dabei bist, dann weißt du, selbst kleinste Dinge in der Kommunikation können eine große Wirkung machen. Den ersten Fehler habe ich gleich schon am Anfang gezeigt und zwar das Augenrollen. Das hast du sicher auch schon mal gemacht oder auch bei anderen Leuten gesehen. Damit kannst du den Blutdruck von anderen Leuten sehr schnell in die Höhe bringen. Super medizinische Intervention. Aber wenn du dich nicht unsympathisch machen willst, dann lass es einfach. Lass dieses Augenrollen und ja, du kannst sagen, du ganz ehrlich, das nervt mich. Allerdings mit diesem etwas abwertenden Augenrollen, lass es einfach beiseite. Der zweite ist, geh du mal nach da hin und dann komm du mal nach da, dann komm du mal nach da und dann machst du das. Hier der sogenannte Dolch, dieses Zeigen mit dem erhobenen Zeigefinger oder aber auch mit dem zeigenden Zeigefinger würde ich dir nicht empfehlen. Nimm lieber die Handfläche. Komm du gerne nach da, du, ihr könnt gerne nach da gehen. Das wirkt viel sympathischer als ein so anweisendes und erstechendes Dolchen. Dann kommen wir schon zu Nummer drei. Und zwar, ja, das ist ein interessanter Punkt. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Diese gerunzelten Augenbrauen und Stirnfalten, es wird auch die Zornesfalte genannt, kann einfach kommen, wenn du vielleicht gerade ein bisschen nachdenkst. Und das ist ja völlig okay, nachzudenken. Finde ich super, ja. Allerdings solltest du dann trotzdem auch vielleicht einfach so ganz normal nachdenken. Weil wenn du dann die Augenbrauen runzelst, auch wenn du es gar nicht negativ findest, dann wirkt es aber negativ auf andere Menschen. Wenn du es möchtest, dann kannst du es natürlich gerne machen. Wenn du allerdings etwas da lockerer sein möchtest, dann entspann auch deine Mimik. Übrigens, es hat auch positive gesundheitliche Effekte für dich. Es gibt so dieses Sprichwort für, ab dem 30. Lebensjahr ist jeder für sein eigenes Gesicht verantwortlich. Davor ist es die Genetik, ab da haben sich die eigenen Mimiken schon eingebrannt. Und wenn du jetzt noch mehr dieser Kommunikationstipps, aber nicht nur in der Theorie, sondern auch für deine Praxis im Alltag mitbekommen willst, dann trag dich gerne jetzt ein in den Redefabrik Campus. Unter redefabrik.net-campus haben wir einfach ein super geiles Paket geschnürt, wo du einmal pro Monat eine Coaching-Session in der ganzen Redefabrik-Community mitbekommst. Ich dich also coache und zusätzlich du konkrete Übungsaufgaben bekommst, wie du solche kleinen Dinge, wie du hier aus den YouTube-Videos lernen kannst, dann auch in die Praxis bringen kannst. Mit Wochenaufgaben, die du für dich nutzen kannst, um in deiner Kommunikation im Alltag auch besser zu werden. Wenn das spannend für dich ist, dann geh gerne auf redefabrik.net-campus. Damit kommen wir schon zu Punkt Nummer 4. Und zwar, ja, also mir ist ein sehr wichtiger Punkt, diese Sache zu unterstreichen. Hier der Pinguin. Schön so da nah machen und dann wirkst du eher wie so ein watschendes Tier, als wie jemand, der selbst sicher kommunizieren kann. Also hab eine lockere und offene Körpersprache. Und damit sind wir schon bei Punkt Nummer 5. Ja, also ich finde es wirklich einen sehr, sehr guten Punkt, den sie hier gemacht haben. Super geil, ja. Also schön einen Schallschutz machen, dass die anderen einen auch schön nicht hören. Möglichst wenig Sichtbarkeit empfehle ich dir nicht, sondern hab natürlich eine offene Körpersprache. Die bedeutet auch, nicht die Hand vor den Mund machen. Manche haben gesagt, es ist unhöflich. Das ist mir hier auf dem Kanal nicht so wichtig, wie dir zu sagen, dass es einfach uneffektiv oder ineffektiv für deine Kommunikation ist, weil die Leute dich einfach nicht hören werden. Von daher nutze diese 5 Dinge und wenn du jetzt noch tiefer einsteigen möchtest und vor allem diese ganze Theorie, die du hier auf dem YouTube-Kanal kostenlos bekommen kannst, die Praxis bringen kannst und monatlich ein kostenloses Coaching, ein kostenloses Coaching im Rahmen des Campus bekommen willst, dann trag dich gerne ein unter redefabrik.net-campus. Ich freue mich sehr, mit den anderen Teilnehmenden des Campus dich dort zu begrüßen und dich zu unterstützen bei deiner Kommunikation. Einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.